Da geht es offensichtlich darum, dass Spaltung ganz bewusst als Agitationsprinzip und damit als Aktionsprinzip der politischen Auseinandersetzung nicht nur gefördert wird, sondern nachgeradezu absichtlich betrieben. Und dagegen müssen wir uns gemeinsam wehren. To whom it may concern. Das ist unser großes Ziel. Wir müssen mit der Impfquote, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, nach oben kommen. Wir werden daher die Zügel für die Ungeimpften straffer ziehen müssen. Gleichzeitig ist aber auch jetzt schon klar, dass dieser Winter und Weihnachten für die Ungeimpften ungemütlich wird. Ich habe nicht nur kein Verständnis dafür, sondern wir müssen mit dieser Klarheit eben auch Stellung beziehen, klar sehen, klar stellen, was dort vorgeht. Was dort vorgeht, wenn Staatsverweigerer, Demokratiefeinde, Neonazis und Neofaschisten in unseren Städten herum spazieren. Spazieren. Ja, so. Wieso Sie sich da jetzt gerade aufregen? Spazieren. Ja, so. Wieso Sie sich da jetzt gerade aufregen?